Walter, der Lastwagenfahrer, 50, heute Morgen mit Alkoholvergiftung aufgestanden, ist trotzdem zur Arbeit gegangen, fährt jetzt ne Scheiße zusammen. Liebes Clustertruck-Hauptmenü, wo sind deine Farben hin? Ich weiß, wir sind jetzt in der Laserwelt und die ist so grau in grau mit ein bisschen rot, aber komm schon. Das sieht richtig traurig aus, das Hauptmenü. Wo ist die Fröhlichkeit? Wo sind die Farben hin? Hey, Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Clustertruck, dem Spiel, was mich wahrscheinlich irgendwann wahnsinnig machen wird. Bis jetzt geht's noch. Die Laserwelt ist jetzt nicht wirklich so komplex wie manche andere Welten davor, aber ich hab so das Gefühl, das wird irgendwann ab irgendeinem Punkt nicht mehr lustig und dann muss ich laut werden. Und ich weiß, alle freuen sich auf diesen Moment. Ich eingeschlossen. Okay, wo waren wir? Welt 4, Laser, Level 8. Na, Level 7 hatte ich fertig, Level 8 kommt jetzt, weil das blinkt. Kann ich das noch? Die Antwort ist vielleicht. Ich leg mich nicht fest. Was kommt jetzt? Laute Musik kommt. Okay, mehr Laster, mehr Laster und Laserstrahlen, die sich bewegen. Okay, okay. Okay, spring. Okay, spring. The fuck? Ähm. 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 Okay, okay, ich dachte grad schon. Ich dachte grad schon, ich schaff das beim allerersten Versuch. What the fuck? Ich mein, ich hätte das fast hingekriegt. Ich muss nur bei dem ganz am Ende ein bisschen früher springen, dann krieg ich das hin. Dann ist das überhaupt kein Problem. Ich mein, warum ist das jetzt auf einmal, warum ist das jetzt so halbwegs simpel? Was? 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 Das ist 4, 8. Das letzte Mal, als ich angefangen hab, war das auch Level Nummer 8 und das hat mich fertig gemacht. Das hat 10 Minuten gedauert. Jetzt krieg ich das hinterher von Zweifelsuch. Was? Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich spare mir mal in Style Points. Okay, was kommt jetzt? Ähm. Sind das? Hammermäßiger Sprung. 1A. Sind das? Die hauen irgendwie in den Boden rein. The fuck ist das? Okay. Laserwände. Damit kann ich arbeiten, schätze ich. Damit... Ach so, die schieben sich hinter die Blöcke und verschwinden dann eine gewisse Zeit. Hätte ich fast geschafft. Die schieben sich hinter diese Blöcke und verschwinden dann eine gewisse Zeit. Und die Zeit muss ich nutzen, ansonsten werde ich gebrutzelt. Wie ein Hähnchen. Muss ich schneller oder langsamer sein? Das ist extrem schwer im Auge zu behalten, weil ich erst einen anderen vorbei muss. Warte mal, das hier? Bis hier ist es kein Problem. Dann kommt das. Da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für. Okay, das heißt, ich darf auch nicht zu schnell sein. Das Spiel limitiert mein Speed. Das ist auch neu. Okay, jetzt. Jetzt. Dann der hier. Dann... Uh! Uh! Fuck! Ich hätte das fast gehabt. Ich hätte das fast gehabt. Okay, am Ende kommen auch noch halbe Wände. Das ist fucking awesome. Okay, jetzt der hier. Der hier. Dann... Stehen... Nicht stehen bleiben. Drüber springen. Okay, okay. Ich sehe, wo es endet. Es endet ziemlich genau hier. Mit meinem Flow, den ich bis gerade eben noch hatte. Und springen. Und stehen bleiben. Und springen. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich... Es war vielleicht ein bisschen riskant, jetzt zu dashen, anstatt zu warten. Aber ich hab das. Lass uns nicht drüber diskutieren. Okay, 14. Letztes... What the fuck ist das? Oh, what the fuck ist das? Okay. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Ich hab kein... Oh, ich bin tot. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Die Dinger verschieben sich. Okay, gut. Die Dinger verschieben sich. Die Laster fahren schräg. Und hier steigt der Rave des Jahrhunderts. Das sieht aus wie ein Def-Punk-Konzert. Okay, nice. So weit. So weit. So weit. So gut. What the fuck passiert hier? Ich hab kein blassen Schip... Das wär so schön gewesen. Mein Traum wurde innerhalb von einer Sekunde zerstört, als ich den Dash nicht getroffen hab. Oh mein Gott. Okay, ich kann das. Ich kann das. Wir wissen vom letzten Mal... Ah! Wir wissen vom letzten Mal, wenn ich wütend werde, krieg ich das nicht hin. Also darf ich nicht wütend werden. Das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht, wie ich das hätte retten können. Sei still. Ich hab keine Ahnung. Es gibt bestimmt einen Weg. Es hätte bestimmt einen Weg gegeben. Aber ich kann das nicht. Aus so einer Situation komm ich nicht wieder raus. Never ever. Dann... Ja? Es ist so verwirrend. Es ist... Zieh dir das rein. Es ist zu viel. Besonders, weil sich die Dinger nicht irgendwie gezielt bewegen. Die drehen sich einfach nur irgendwie in der Gegend rum. Das ist toll. Es... Das ist... Okay. Okay. Hier krieg ich Schwierigkeiten. Das ist super. Danach wechseln wir die Welt. Dann wird's wieder easy. Aber das hier wird nicht schön. Das hier ist nicht schön. Auf keinem Level dieses wunderhübschen, grünen und blauen Plan... Fuck you! Ich war gerade dabei, ein Loblied auf die Erde zu singen. Der wunderschöne Planet, auf dem wir alle sitzen. Aber dann kam das. Seitdem hatte ich mein Leben. Okay. Das kann... Wie oft kann man daneben dashen? Ich ziele doch in die Richtung des Lasters. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mache ich was falsch? Was? Okay, ich hab mir den Kopf eingeschlagen. Das war's. Mein Gehirn kommt jetzt zu meiner Stirn raus. So hart bin ich an den Laster gecrashed. Hab's verstanden. Hab die Botschaft verstanden. Okay. Cool. Dann... Was passiert hier? Ist das random? Jetzt komm ich auf einmal nicht mehr hier durch. Vorher ging das noch. Ohne Probleme. Jetzt komm ich... Ich bin wie ein Salzkontainer. Ich bin... Was hab ich gerade für einen Bonus? Wenn sich jemand ein Spiegelei macht... Oder... Fuck me. Wenn sich jemand ein Spiegelei macht... Oder irgendwas anderes, wofür man Salz braucht... So möge er mich nehmen. Umdrehen. Und... An... An diesen wunderschönen Ärmeln rütteln. So möge Salz aus seinen Wehen kommen. So viel wie die Person, die nach dem Salz suchte, brauche. Und so. Genauso viel... Was ist das hier? Jetzt fern... Ich glaube, ich kündige. Ich hab das Leben hier lang genug gelebt. Ich hab lang genug Laster gehobt. Aber irgendwann kommt der Punkt... Im Leben eines Mannes... Und an diesem Punkt bin ich... Wo er hinschmeißt. Ich schmeiß hin. Ich kündige. Mach deinen dummen Scheiß doch allein. Oh mein Gott. Ich hab's. Geh mir aus dem Augenlevel. Geh mir aus den Augen. Das Schwierigkeits-Bike. Das davor war super easy. Oder innerhalb von maximal drei Versuchen hinzukriegen. Und jetzt das. Ich... Wir werden uns nicht darüber unterhalten, wie lange ich gebraucht habe. Ich werde keine Fakten dazu liefern. Keine Anhaltspunkte, wie lange ich dazu gebraucht habe. Sagen wir einfach mal... Ich war kurz davor, zu diesem Fenster rauszuspringen. Was mir nicht viel bringt, weil es im ersten Stock liegt. Okay. Cool. Nächstes Level. Was kommt jetzt für eine Welt? Medieval. Ah ja. Mittelalter also. Geil. Der, 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 der. Mit Gitarren... Oh Gott. Und hämmern. Okay. Okay. Hab's verstanden. Cool. Das heißt, die hämmern hier die Laster runter. Und ich muss aufpassen, dass es mich nicht erwischt. Das ist toll. Jetzt kann ich nicht weiter. Doch kann ich. Ich muss nur treffen. Oh, das wird super. Oh, das wird super. Oh, das wird super. Das wird groß. Das wird toll. Das wird richtig nice. Richtig nice. Fuck. Das wäre so schön gewesen. Ich hätte das gehabt. Aber wen sind die Level wieder hübscher? Als dieses komische Grau in Grau und mit ein bisschen Rot von gerade eben. Was fährst du für Kurven? Walter, der Lastwagenfahrer. 50. Heute Morgen mit Alkoholvergiftung aufgestanden. Ist trotzdem zur Arbeit gegangen. Fährt jetzt eine Scheiße zusammen. Mann, ist das denn ernst? Komm schon. Hört auf, Kurven zu fahren. Fahrt einfach geradeaus. Ist das so schwer? Ich meine, ihr alle habt doch den Lasterführerschein. Da lernt man. Ich bin im Arsch. Ja. Da lernt man sowas. Da lernt man doch, wie man gerade. Ich habe was im Auge. Ich. Okay. Das ist nicht gut. Ich bin gehandicapt. Okay. 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 Ich habe es. Ich. Oh, fuck. Ah, okay. Ich habe es. Alles gut. Alles gut. Ich brauche nur ganz kurz den Ringrichter und den Arzt. Ah, fuck. Okay. Nice. Nächstes Level. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. mit einseitiger Blind. So, was kommt jetzt? Rammen. Okay. Rammen. Es wäre so schön gewesen. Es wäre... Der Traum ist tot. Es wäre so toll gewesen. Doch, es wurde nichts daraus. Es wäre so... Okay. Okay. Fuck you. Fuck you. Ich bin schneller als ihr. Ich bin schneller als ihr. Dampf Ram, bitch. So. War das wenigstens schnell, ja? Habe ich... War das wenigstens high-fix speedy? Bin ich mir sicher. Okay. Was kommt jetzt? 5-3. Ram und Hämmern. Oh, das wird super. Ja, ganz toll. Ganz toll. Hey Leute, wir haben schon vorher zwei Level gebaut. Eins mit Ram, eins mit Hämmern. Sollen wir das kombinieren? Ja, geile Idee. Fuck. Ach komm, wie sind die Fähnchen hübsch? Auch wenn die Musik nicht wirklich so mittelalterlich ist. Aber hey. Ich bin mir sicher, die haben sich damals auch schon Techno reingezogen. Oder was auch immer das für eine Art Musik ist. Wahrscheinlich habe ich gerade alles verwechselt. Keine Ahnung. Ja. That face when dash nicht richtig. Soll ich mir wieder den Double Jump reinmachen? Wobei, der bringt mir auch nicht viel mehr. Der Dash geht halt. Das ist random, oder? Vorher konnte ich auf den draufstehen, die weggehämmert wurden. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt auf einmal... Jetzt ist ein Laster im Weg. Ach nee. Das heißt, ich muss da noch ein gewisses Maß an Glück haben, dass ich hier durchkomme überhaupt. lebendig und in einem Stück. Ein Zentimeter. Hättest du nicht ein Zentimeter weiter dashen können? Ist das nicht drin? Steht das nicht wieder gebraucht? Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal... Warum manchmal die Last überleben und manchmal nicht. Ich meine, ein Zentimeter weiter dashen. Komm, das kann doch nicht so... Schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe es. Ich habe es. Okay. Score. Alles toll. Gibt es eigentlich wieder einen, der 0 Sekunden hat? Oh, natürlich. Wunderlich. Die Leute mit 0 Sekunden Completion-Zeit. I call. Oh Gott, verdammt nochmal. Hoffentlich wird sowas gebannt. Nächstes Level. 5, 4. Und so. Äh. Okay. Okay. Wir haben sich bewegende Plattformen. Das ist doch... Warn mich doch vor. Wir haben sich bewegende Plattformen, die aus dem Boden schießen und alles weg. Cool. 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 Ich habe gerade zweimal Fly in Supertruck gekriegt. Aber... Das bringt mir nicht viel. Spiel. Das ist... Oh Gott. What the fuck ist hier los? What the fuck? Ich hätte weniger durchgehalten sollen, dann wäre ich hinten dran gegangen. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle ist das? Lass mich sehen! Ich kann... Was? Wurde ich gerade in den Boden gestampft? Ich kann nichts sehen. So. Hier. Hier. Dann noch. Holy fuck. Hier. 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 Okay. Okay. Dash. Lass deinen Weg. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich bin immer froh bei solchen Leveln, dass ich die relativ schnell schaffe und mich nicht ewig dran festhänge. Weil bei sowas viel länger du brauchst, umso nerviger wirst. Das ist echt so. Nächstes Level. Okay. Ähm. Ist das jetzt eine Kombination? Ist das eine Kombination aus Himmel und Hölle? Es ist... Okay. Wir haben jetzt die Wahl. Willst du schlimme Krankheit A oder schlimme Krankheit B? In dem Fall sind es beide gleich... In dem Fall sind es beide gleichzeitig. Plattform und Ram und Hämmer. Es sind sogar drei. Wir haben die Auswahl aus drei tödlichen Optionen. Und wir benutzen alle drei. Natürlich. Why the fuck not? Oh. Keine Laster mehr. Oh Gott. Das wird gut. Erstmal muss ich den Spaß hier lang genug überleben, um überhaupt bis dahinter zu... Keine Laster. Um überhaupt bis dahinter zu kommen. Und dann muss ich auch noch die Riesenwelle überleben, die vom Hammer weggefegt wird. Ich meine... What the fuck ist das hier? Zieh das rein. Das ist Madness. Das ist... Oh mein Gott. Wirklich. Der hatte seinen Anhänger nicht unter Kontrolle. Deswegen bin ich abgerutscht. Ist das ein... Okay. Ich akzeptiere es als solches. Ich... Ja. Hm. An dem Punkt... An dem Punkt rege ich mich nicht mehr auf. An dem Punkt akzeptiere ich es. Fuck. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich hab's. Selbes wie vorhin. Ich werde nicht darüber reden, wie lange das gedauert hat. Und wie viel Glück ich haben muss, dass das gerade passiert. Ich will nichts hören. Ich hab schon bald 40.000 Punkte. Flammenwerfer. Sollte ich eventuell mal ein Upgrade kaufen? Nee. Nicht wirklich. Oh mein Gott. Ich hätt' das fast gehabt. Ich war nur grad zu schnell, dass ich... Wie hab ich das vorhin hingekriegt und jetzt nicht mehr? Jetzt. Jetzt. Die sind alle im Takt geschaltet. Das heißt... Wie? Es war weg. So heiß ist Feuer nicht. Feuer ist nicht heiß genug, um dich noch zu verbrennen, wenn du so weit weg stehst. Also zumindest damit zu... Was ist... Wie? Warum? Wie... Wie reicht das noch, um mich umzubringen? Das macht nicht so viel Sinn spielen. Aber hey. Wir unterhalten... Du brennst Ewigkeiten. Warum unterhalte ich mich in einem Spiel mit Lastern, die in mittelalterlichen Szenarien... Okay, leck mich doch. Mit Lastern, die in mittelalterlichen Szenarien... Mein Deutsch ist im Arsch. Rumfahren. Übersinn. Wo liegt meine... Der Grundstein meiner... Überlegen... Okay, ich bin fertig. Flammenwerfer, ja. Wenn jetzt ein Level kommt mit Rammen, Plattformen, Flammenwerfern und Hämmern, dann wird das... Das wird der größte Spaß, den ich jemals hatte. Wird ich die größte Menge an Spaß... Wo liegt hier das Problem? Was? Die werden hochgeschossen. Ich mein... Hä? Ja, und jetzt? Da drüber? Oh mein Gott. Okay, ich seh das Problem. Hierfür braucht man den Dash sogar. Ich glaub ich, anders wird das nix. Und ich muss am besten bis ganz nach vorne. Oh mein Gott, ja. Man braucht den Dash nicht. Ich nehm alles zurück. Oh mein Gott, das war awesome. Und ich hab alles zum Fenster rausgeschmissen... Mit dem Dash. Aber das war awesome. Keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Ich bin nicht mal gesprungen. Irgendwie hab ich den Laster erwischt. Und das hat dann... Jetzt auf einmal wird's nix mehr. Ich hab den Laster erwischt. Und der hat mich dann irgendwie nach oben geschleudert. Ich weiß selber nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das müssen wir im Foto-Finish nochmal nach... Jetzt komm ich nicht mal über die Stelle raus. Weil ich auf den ersten Laster drauf will. Und das nicht hinkrieg. Dann nehm ich halt den zweiten verwasternden Dash. Mir egal. So. Und... Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Okay. Okay. Hammer? Nein. Nein. Keine Lust. Kein... Kein Bedarf. Es wär so schön gewesen, wär da ein Laster. Es wär so schön gewesen, wär da ein Laster. Ich muss echt mal die Gewerkschaft anrufen. Das kann nicht sein. Das kann... Man braucht doch keinen Dash. Das kann nicht sein, dass da einfach Laster fehlen. Ich weiß noch nicht, wer sich heute freigenommen hat von allen. Aber... Was ist das? Aber es kann nicht sein, dass da kein Laster ist. Da muss ich nachher echt mal durchtelefonieren. Dafür muss jemand gefeuert werden. Also echt, das kann sie nicht angehen. Wir haben einen Deal. Was unsere Laster... Warum wird man hier so beschleunigt? Was unsere Laster angeht. Hi. Ähm... Okay. 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 Das war's. Das war's. Ich kann mich, glaub, nicht mehr retten an dem Punkt. Hammer. Hammer. Ja. Ich komm mich nicht mehr retten. Das war's. Toll. Das läuft super. Wird das genauso wie das Level vorher, vorher? Also wo ich Ewigkeiten brauch? Warum wird man hier so stark nach vorne beschleunigt? Das ist nicht normal. So stark wird man nicht beschleunigt, wenn man rennt zum Beispiel. Okay. 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 Ich hab's. Ich hab's. Ha! Ha! Mittelalter Welt, du kriegst mich nicht. Du hattest nie eine Chance. Ein Level mach ich noch. Komm. Ein Level muss noch drin sein. So viel... Ach, nö. So... So... Oh Gott, nein. Hätte ich das nicht gesagt. Ich hätt das nicht... Nicht sagen sollen. Ich hätt das... Nicht sa... Nicht sagen sollen. Oh, nein. Mistakes have been made. Aber sowas von. So viele... So viele Fehler wurden gemacht. So viele... Ach Gott, das ist fucking krank. So viele Fehler. So viele Fehler wurden gemacht. Ich hätt das nicht sagen sollen. Ich hätt nicht sagen sollen, wir machen jetzt noch ein Level. Fahr, 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 fahr. What the fuck? Warum fährst du nicht? Oh. Ich hab das. So viel zum Thema Fehler wurden gemacht. Ich will nix mehr hören. Okay. Cool. Ich hab jetzt... Wie viele Punkte genau? Ich hab 42.000. Ich weiß nicht wirklich, ob ich was anderes will. Ich mein... Was gibt's noch alles? Ein Jetpack. Ah... Levitation. Wobei, Levitation? Grappling Hook. Keine Ahnung. Truck Boost. Boost the truck below the player. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wirklich, ob ich noch was will. Sind die eigentlich unabhängig voneinander? Utility und Portable Truck. Äh, Quatsch. Utility und Movement. Sind die voneinander unabhängig? Time Slow. Portable Truck. Back Truck. Truck Solute Zero. Ähm, weißt du was? Ich kauf jetzt mal Time Slow. Ach, die sind voneinander unabhängig. Okay, das heißt, das hier ist wahrscheinlich deine linke Maustaste und das ist das rechte Maustaste. Das heißt, ich kann jetzt mit der rechten Maustaste wahrscheinlich die Zeit komplett einfrieren und zumindest sehr, sehr verlangsamen, damit ich mehr Zeit hab nachzudenken. Das ist awesome. Und das wird mir hoffentlich viele, viele Nerven, die zerfetzt werden von diesem Spiel, ersparen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn's euch gefallen hat. Habt ihr, glaube ich, sie bleibt noch aus Mautzauern und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. So, nein. Nein! Jetzt, halt doch auch mal. Nummero 1. Ich wünschte, ich hätte einen Schnellspeicher-Button. Jetzt kann ich das alles zurücklaufen, den anderen Stein über das Turm werfen und dann gucken, wo ich bleib. Boah, die Frau ist einfach zu viel. Nur mal so, ne? Was ist dieser Pulli? Wie weit kann man den Ausschnitt aufmachen, bitte? Da unten ist noch ein Knopf, der ist nicht auf. Und ich lauf jetzt schon... Was, was zur Hölle ist das? Was?